happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei rettok gamble ich spiele immer wieder mech arena und ich habe gerade schon nachgeschaut wir werden wettbewerb spielen viel spaß da geht auch schon die erste runde los mit meiner spielwertung werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen und mit meiner spielwertung werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen runter gehen weil ich meine frau jetzt da wieder ist und ich jetzt halt weniger spielen werde so höchstens bis zwei stunden am tag aber da spiele ich ja nicht nur das spiel sondern ich spiele ich spiele das spiel dann ändere ich also spiele das spiel da muss ja hier noch ich bearbeite ja nur minimal die videos dann bearbeite ich die videos noch minimal dann rendere ich die videos also sagen wir mal zwei stunden bin ich am rechner überhaupt jetzt gerade nur noch deswegen wird die spielwertung von mir ziemlich weit runter gehen mein erster sieg in dieser runde ich habe gestern schon auf dieser runde gespielt deswegen sind ich jetzt gerade die letzten 14 minuten oder so entgangen weil das ändert sich immer um halb um halb sieben ändert sich das immer oh dann eben geschossen da noch gekriegt haha immer alle weg hier komm raus ja wir gewinnen nein wir gewinnen noch nicht ja 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 jetzt verlieren wir auch noch das wird spannend also ich glaube da ist gerade die letzte runde auf der alten map ach mensch das wird ich weiß das wird also aber ist du Noob-Ide-Tafied Oh, war ich das? Komm ich da ran? Ah, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. So, dann kommt jetzt die nächste Karte, oh, zweimal MVP, die nächste Karte kommt jetzt dran wahrscheinlich und. Schaut, ob das wieder 5 gegen 5 oder FFA ist. Ich will nochmal die Queste fertig machen, nice. Gut, dann sag ich mal, bis gleich. Okay, und die nächste Runde geht los. Ist das schon die dritte Runde? Ist doch noch die alte Karte. Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Aber, habe ich jetzt, ist das jetzt schon die dritte Runde? Ich weiß es gar nicht. Hä? Komm zurück, Junge. So, Symbol weg. Nice. Wow. Super. Hier ist doch schon eine Spinne. Da muss ich woanders hin. Da ist ja auch eine Spinne. Na gut, geh du da rein. Okay, die Spinne ist tot. Jetzt laufe ich hier nur rum den ganzen Tag. Verlängerung. Verlängerung. Was soll man dazu sagen? Dumm gelaufen. Was? Nochmal. Ist schon die dritte Runde. Ich meine, das ist die dritte Runde. Also, die letzte für heute. Das ist die dritte Runde. Malto. Malto. Es kommen immer diese Viecher, die hier die Waffen neu gesetzt und so, wenn ich die nicht brauche. Diese Viecher, die Viecher-Mesh. Guardians. Genau so, wie ich sie bin. Nee, nee, nee. Ach. Nicht so einer schon wieder. Noch sieht es gut für uns aus. Nein. In der letzten Sekunde haben sie mich gekillt. Ja. In der letzten Sekunde noch gewonnen. Supi. Supi. 1-1. Die stehen mir alle in meinem Weg hier. Ich mag die Runde nicht. Das Spiel ist so klein. Fest bleibt. Auch. Auch. Nehmt. ich muss immer nur eimig durch das ist so schlimm ich mag die runne überhaupt nicht ja gut kaputt gegangen Doppel K.O. wenigstens habe ich den noch mitgenommen so ich glaube das erste mal war eine Niederlage und danach habe ich beide gewonnen so gut dann war es das auch schon für heute dann sage ich mal Dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du mal nicht so dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß warte noch schauen wie es bei mir aussieht erster viel spaß ja und auf Wiedersehen tschau tschau ok Leute ich habe mich gerade verzählt das war gerade die zweite Runde 3 2 1 go let's get things started deswegen spiele ich jetzt eine Runde Dingens weil Bummens nicht geht ach nee noch nicht mal zählen kann ich ich sollte noch mal in der Schule gehen das war das war das war ach nee aber jetzt kann ich wenigstens mein raketemann wieder nehmen mein shadow und weg ist er da wird eine rakete abfeuern der hält viel aus der starke panzerung da kann ich kann durchlaufen ja er ist ja weg drei komplette ladung und dann noch ein bisschen leben ich dachte fliegt rüber nein die fliegen gegen da ist damit bisschen leben noch weg ist er schnell durchlaufen und einer nein der lebt auch noch das kann doch nicht wahr sein wo ist er wo ist er da ist er nicht weg ist weiter der gegner gewinnt Mine Nehmt die Felder ein Rache Mit dem bin ich sogar noch auf MvP Ich habe 4 Kills gemacht In kürzester Zeit Sieht sehr goldig hier aus Obwohl ich verloren habe Na gut, dann war das jetzt so die letzte Runde Und ich sage Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn auch nichts dabei sein Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss